Du lässt sich wirklich nicht und du bist ja noch rangegangen, weißt du? Ich könnte noch mehr gehen, der würde nichts machen. Völlig entspannt. Und wir sind zu zweit, weißt du? Guck mal, jetzt kommt der hier sogar noch her. Krass, ey. Ich glaube, mich tritt ein Pferd drin. Ja, süß. Ich glaube, der geht auf Nahrungssuche, weißt du? Ja, muss ja. Ja, ne, sonst sind die immer so schlank. Ach so. Aber, dass er nicht abhaut, das wundert mich. Wollt ihr spielen? Guck mal. Ja. Witzig. Die Jungs, die Arbeiter, die werden große Augen machen.